Hey ho und sperrt mal bitte eure Lauscher auf. Ich habe jetzt gerade hier beim Überlegen, wie ich meinen Raum hier ausbaue, merkwürdige Geräusche gehört. Und siehe da, es sind Enderman vor meiner Haustür. Leider allerdings auch umzingelt von irgendwelchen tausend Creepern und sonst was. Also jetzt gar nicht erfreulich. Und deswegen werde ich jetzt mal gucken, dass ich hier meinen Inventar mal ein bisschen ausleere. Ähm, aber es ist ja jetzt egal. Ich bin nicht so weit von meinem Spawnpunkt weg. Aber weit genug, um mich dann da zu ärgern. Ähm, frischeres Schwert bitte. Ich mag die Enderman. Eigentlich möchte ich die gar nicht irgendwie belästigen, ne, am Bekämpfen. Aber, wie wir ja wissen. Was ist denn, wenn ich aufs Dach gehe? Ich überlege gerade. Wie wir ja wissen, brauchen wir die Enderperlen und, äh, die, die so droppen. Äh, was ist denn, wenn ich jetzt hier auf dem Dach die angucke? Kommt der dann? Jetzt komm mal. Komm aufs Dach, Junge. Ich bin hier oben. Ich hab erst gedacht, das wäre ein neues Bellen von dem... Klingt ein wenig robotisch. Ja, gehst du mal drauf jetzt? Ist gut jetzt. Komm. Komm, ist gut. Oh. Hab mir leid getan. Wieso hat der jetzt kein... Und wieso, wieso hat der jetzt kein... Droppen, die nicht immer perlen? Oder muss ich die mit einem speziellen Schwert erlegen? Macht mich nicht schwach. Ich kann das jetzt nicht machen. Äh, naja gut, da war ja noch einer. Das ist natürlich keine schlechte Strategie, weil ich hier oben ja vor den anderen Viechern sicher bin. Hey, Andy. Sorry. Ne, aber ich muss dich leider töten. Oh. Oh. Verdammt. Au. Mann, die sind aber auch stark. Das, äh... War dann zu viel für mich. Äh, ja gut, aber man muss das halt ausprobieren. Ich hab ja auch schon oft gesagt, dass ich gegen die noch nicht so viel Erfahrung hab. Und, äh, naja, was soll's. Mal eben schlafen, ja. Und dann, äh, haben wir hier jetzt wenigstens noch ein Schwert. Wie gewohnt, natürlich nicht. Doch. Gut. Alter, bleibt da bloß, bleibt da bloß da stehen, wo ihr seid, ja. Mit euch Creepern bin ich fertig. Da bin ich durch mit. Bisschen lästig, dass man die Taste immer so doppelt drücken muss zum Sprinten. Ja, guck mal, die bewachen so noch mal eine Tür. Welche Flaschen. Da komm ich hinten rum. Haha. Ist der noch da, der komische... Da lagen Erfahrungspunkte. Wem gehörten die? Waren das meine eigenen? Hab ich die wieder aufgesammelt? Mein, mein Level 6 oder so. Das hab ich auch noch alles nicht so richtig mitbekommen. Hab ich mir letztens schon mal drüber gewundert, ne. Noch in der alten Serie, glaub ich. Ja, schade, der ist jetzt weg und der Erste, der hat nicht gedroppt. Naja. Ich weiß nicht, warum und wieso. Äh, ist halt eben einfach so. Du kannst da draußen bleiben. Guck hier nicht in meine Kisten rein, ja. So, jetzt nehme ich auch wieder ein schlechtes Schwert zur Hand. Da werde ich gleich mal ein bisschen jagen gehen. Für einen Creeper oder was sollte das reichen. Achso, ja, hier. Werkzeug. Werkzeug. Ja, das reicht erstmal. Äh, Holz. Holz, 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 Holz. Und was hatte ich denn überhaupt? Schaufel, Schaufel, Schaufel. Ja. Hatte ich denn eigentlich vor? Ich wollte hier mal ein bisschen was anderes bauen. Und zwar hier so ein Halbkeller irgendwie, der so runter geht. Hier noch aufbuddeln. Mal sehen, dann bin ich bis hier. Weil ich wollte, ich wollte einen Raum haben für meine Kisten. Also einen kleinen Lagerraum, wo ich ein bisschen so Kisten auch sortieren kann. So, dann hatte ich vor, dann brauchst du einen Keller und dann so. Aber du musst immer in den Keller rennen. Das finde ich so lästig. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache hier nur einfach so ein, eine Stufe nach unten. Dass man da so direkt hinläuft. Und ich glaube, so lasse ich das dann auch. Wenn ich es noch tiefer mache, dann ist da hier jetzt nur noch sehr wenig Platz. Oder geht das noch? Da könnten dann eine Kiste hin, zwei. Könnten wir ja noch im Boden einlassen. Vielleicht fällt uns das schon noch was ein. Nein, ich mache das einfach mal testweise. Dass ich jetzt einfach noch mal... Man könnte auch den Schönstein lassen. Nö, lassen wir aber nicht. Nö. Nö, dann machen wir lieber da so Koppelstein rein oder so. Oder noch was Besseres. Wir brennen uns... Geht das? Wie geht das noch mal? Schönstein und dann machen wir uns solche schönen Stonebricks. Steinziegel. So heißen die, genau. Steinziegel. Ja, das mache ich auch. Das mache ich auch. Hier direkt mal verlernen, die ganzen neuen Materialien zu verwenden. Ja, da bin ich ja noch völlig so... Ist ja noch völlig ungewohnt eigentlich. So, da haben wir jetzt das Problem. Ich habe hier weder Kohle noch irgendwie einen Ofen. Umziehen kann ich aber eh bald. Deswegen werde ich jetzt mal nach... zurückrennen. Das Hin und Her beruhigt euch. Ja, das Hin und Her, das hat bald ein Ende. Klarer Fall. Das müssen wir jetzt nicht mehr häufig machen. Dann machen wir dann immer unsere Höhlenausflüge. Da unten erwartet ja auch noch Gold auf uns. So, jetzt werden wir mal sehen, was da alles mitnehmen. Hier die Schaufel. Das ist ja auch unwichtig. Das können wir schon mal mitnehmen. Und das auch. Das brauchen wir noch nicht. So, das auch nicht. Ein paar Pfeile noch reinlegen. Ja. Das ist alles okay. Kohle vor allem. Kohle wollte ich für den Ofen. Ja, ich denke, das ist jetzt auch wirklich erstmal das Wichtigste. Dass wir den Ofen mitnehmen. Ah, der ist noch Kohle drin. Und klar, ich habe Angst, dass uns das verloren geht, wenn ich den dort zertrümmer. 36 Kohle reicht doch erstmal. Obwohl ich mir dann einfach einen neuen Herd baue. Den brauche ich vielleicht hier nochmal, wenn ich hier mal ein bisschen buddel. Also, dann lasse ich den jetzt mal einfach da stehen. Nehme noch einfach ein bisschen hier Koppelstein mit. Mal eben noch in die andere Kiste gucken. Ja, das holen wir dann alles nochmal in einer extra Aktion. Damit wir das dann auch gleich sortieren. Sonst liegt das jetzt da auch nur wieder durcheinander rum. Und schon geht es wieder zurück. Hier müsste schon langsam solche Spuren entstanden sein, weil ich hier so oft lang gelaufen bin. Aber ich finde, das sieht echt nett aus. Pass auf, jetzt ist hier ein Kreator in der Wohnung. Ne. Ja, direkt mal planen. Und dann habe ich dann hier unten die Kisten stehen. Und. Ja. Dann hier irgendwie das andere Zeug. Wohnzeug irgendwie. Aber da müssen wir eben nochmal eben. Jetzt ist erstmal wichtiger, dass ich überhaupt mal hier zur Rande komme. Hauen wir da auch direkt mal die Kohle rein. Die brauchen wir sonst. Aber doch für ein paar Fackeln noch, ne. Ist auch mal wieder an der Zeit. So, und dann brennen wir einfach mal hier so ein Stack. Machen wir da mal Schönstein draus. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt auch überhaupt richtig mache. Habe ich auch noch nicht gemacht. So selbst gebrannt. Selbst gebrannten, ne. Habe ich auch noch nicht erledigt. So, ist das schon mal ganz schön. Äh, Bäume brauchen wir noch, ne. Wie sieht es denn jetzt so, äh, ungeziefertechnisch draußen aus? Immer die Wartezeit auch nutzen. In der Zeit irgendwas anderes machen. Da hinten ist immer noch ein geschorenes Schaf. Oh! Ja, inzwischen kenne ich meine Stellen. So. Du gehst mal jetzt tot, weil dann können hier auch mal wieder neue Tiere droppen. Ist ja ein bisschen kläglich, was hier so droppt. Alles nur wegen dieser neuen Technik, dass man hier züchten kann, ne. Das werden wir alles mal wieder mühsam aufforsten müssen hier. Klack, klack. Ja, hier die kleinen Bäume hole ich mir jetzt eben noch. Lieber hätte ich ja das dunkle Pinienholz. Für die Verzierung an unserem Haus, ne. Aber im Grunde wichtiger ist im Moment das ganze Zeug hier. Was ist eigentlich hier noch? Ja, auch gefährlich. Das Holz, das Allgemeine ist gerade noch wichtig, weil ich auch noch Zäune bauen möchte und sowas. Hallo? Oh, Schweine! Ja, Schweine! Drop gefälligst. Jawohl. Wo ist das andere Schwein? Ja! Ja! Ja, auch mal ein kleines Bad genommen. Das tut eigentlich auch mal ganz gut zwischendurch. Man kann da wirklich so erfrischt wieder ans Werk gehen. Noch einen Baum fällen. Und da hinten ist noch so ein schöner Flachau. Das Huhn, das nehme ich mir auch mal, bevor es verschwindet. Aber wieder eine Sorge weniger, ne. Noch mehr Hühner. Prima! Jetzt könnten auch mal ein paar Kühe hier erscheinen. Nicht immer nur Hühner. Ich mag zwar Brathähnchen, aber irgendwann ist auch mal wieder gut. Hängt mir ja schon zum Halse raus. Viel zu bekanntlich, weil ich mal essen zur Abwechslung. Und du grunst nicht rum. Hier ist ja bestimmt noch irgendwas irgendwo. Klarer Fall. Plopp. Plopp. Ah ja, Moment, da stört mich schon die ganze Zeit was. Und zwar dieser Erdblock da unten. Äh, den wollte ich unbedingt weg haben. Und schnell wieder die Türe reinsetzen. So. Auf der anderen Seite machen wir das Gleiche. Und selbstverständlich das Obligatorische. Das kennt ihr natürlich schon. Na, die Pressspanplatte da rein. Oder da ran, vielmehr. Davor. Dahin. Sehr gut. Die Türautomatik. Ganz simple Sache. Jetzt können wir schön in aller Ruhe. Ich nehme auch nochmal eben einen Schluck Stärkungstrank vom guten Buddlergeist. Einen Augenblick. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein nettes Getränk bei euch, wenn ihr da so bei mir zuseht. Das frage ich mich natürlich auch manchmal. Was macht ihr denn eigentlich, wenn ihr so ein Video laufen lasst? Guckt ihr denn da jetzt auch immer hin? Die ganze Zeit. Oder hört ihr eigentlich nur im Hintergrund? Macht ihr irgendwas anderes und hört dann nur mein Gelaber? Wie macht ihr das so? Oder wenn ihr hinguckt, ist das dann so wie so für Fernsehen und wie für euch so, dass ihr dann was weiß ich, ja, wirklich nur zuguckt und das euch euch berauscht an dem ganzen Anblick, den ich euch hier so biete. Oder habt ihr da auch noch irgendwelche Dinge, die ihr da nebenbei noch macht? Das sind so Fragen, die ich mir immer so stelle. Ihr stellt immer die so die Fragen. Was ist das für ein Tech-Shop-Pack und so. Nein, natürlich nicht. Er stellt auch gute Fragen. Ist auch natürlich klar, dass auch gerade neue Leute nicht alles schon wissen. Deswegen kann ich immer nur wieder sagen, guckt einfach auf minenarbeit.de. Das ist ja nicht umsonst unter jedem meiner Videos verlinkt. und zwar so, dass es das Erste ist, was in dieser Videobeschreibung erscheint. Und es ist gar nicht so übersehen und es hat ja einen Sinn, dass ich da hinschreibe. Ne? Oh Gott. Oh, das war wieder kaputt. ne? Ich weiß nicht, wann ich mich an diese Geräusche gewöhnen werde. Es ist vielleicht, dieses Geräusch ist vielleicht, also wenn das Werkzeug verkoppt geht, das ist vielleicht zu, äh, ja, äh, materiell irgendwie. Das klingt so, zu sehr nach, irgendwie, das müsste eher was Symbolisches sein, wie diese, wenn man die Experience Points aufsammelt, dieses Plim Plim, was dann immer so kommt. Das finde ich ganz schön. Und das ist jetzt eben, wenn da so ein Werkzeug kaputt geht, das ist auch irgendwie so ein, das müsste vielleicht auch so ein Geräusch haben. Ich erschrecke mich doch immer davor. Also, das ist, ich meine, das hält einen wach. Das ist auch so eine gute Seite, man bleibt dann immer wach. Okay, äh, ach so, da sollte ich ja noch Stein einsetzen, ne? Ist doch keine schlechte Idee. In die Wände. Erstmal, ne? Kann auch sein, dass ich dann später da, Moment mal eben. Kann auch sein, dass ich da später noch Kisten in die Wand einlasse oder sowas, ne? Ich hab grad eine lustige Idee. Es ist, ich, hoffnungslose Idee, ganz hoffnungsloser Versuch, den ich jetzt hier starte. Völlig hoffnungslos. Es kann überhaupt nicht sein. Aber das wird auch mal lustig, oder? Wenn die Kisten schon so aufgehen, so richtig, äh, so mit Deckel und so, hm, warum kann man die nicht dann auch so Redstone-steuert schalten? Das wäre doch total witzig, finde ich. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, irgendwie von, von, aus irgendeinem wissenschaftlichen Standpunkt heraus, aber, als, äh, Neuerung oder irgendwie lustige Sache fände ich das doch cool, irgendwie, ne? Komm, ihr müsst jetzt meiner Meinung sein, ne? Was sagt denn der Schönstein? Der sagt, ich bin bald fertig. Komm, dann nehmen wir uns auch schon mal mit. Äh, können wir übrigens schon mal ein bisschen hier so verbauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache. Oh, ja, vier Stück kriege ich dann da raus. Das ist ja super. Oh, ist ja super. Irgendwann mache ich erstmal hier so ein paar von den schönen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Die sehen nämlich irgendwie einerseits ja eben alt und grob aus, ne? Oh, jetzt kommt das große Problem. Andererseits aber auch irgendwie edel. Wenn man die so, äh, im Haus verbaut, irgendwie, ne? Äh, jetzt kommt das große Problem. Ich weiß überhaupt nicht. Doch, er bleibt dann. Ich hatte jetzt die Befürchtung, dass wenn man den falsch, also wenn man den zerhacken muss, dass er sich dann auflöst. Aber ist ja Quatsch, man kann die ja auch abbauen. Ja. So, und weiß nicht, Holztreppe oder vielleicht die oberste Reihe Holztreppe und dann Steintreppe. Das, das vielleicht so, ja? Da muss ich erstmal den Rest von dem Schönstein hier verarbeiten. Dafür hab ich den ja gemacht, ne? Äh, mal, was brauchen wir denn? Na, schon zwei so Stacks. Ja, ja. Na gut, das sind die Treppen, das sind so Materialien, okay, das ist jetzt, können wir die nicht punktgenau herstellen, äh, müssen dann die acht Stück da nehmen, aber, äh, das macht ja nichts. Die kann man lagern und sicher irgendwann später mal verbrauchen. Die werden ja nicht schlecht. Ich hab schon wieder richtig mordsmäßigen Hunger, aber das ist jetzt auch nicht so was Schlimmes. So, schön, und jetzt, jetzt, ja, weiß ich nicht. Ich mach da jetzt mal so ein Holz, weiß ich, ob das jetzt aussieht, ist vielleicht architektonisch jetzt mal eine kleine, ne, ein bisschen gewagt, sag ich mal, aber, kann auch sein, dass es ganz gut klappt, sofern ich denn noch genug Holz hab, dann mal auch mal zwei solche, Treppenteile hier herstellen. Ich schleiche da um ein Haus, ja, das ist, äh, nicht zu glauben. Mensch, schämt euch hier bei anderen Leuten durchs Fenster zu gucken. Überhaupt. Keine Enderman draußen. Ach, ich find das aber eigentlich eine ganz nette Sache, so. Ja, passt dann auch hier noch so ein bisschen rein. Man hätte es auch ganz aus Holz machen, können, man hätte es auch jetzt ganz aus Stein machen können. Och, ich lass das jetzt erst mal so, äh, ist, ist, ist ein bisschen, ein bisschen origineller. Ah, was hat denn hier, hallo, nein, was hat denn da, Überraschung, böse Überraschung. Oh. Die ist auf dem Dach gelandet. Ja, klar, die kann ja raufklettern. Klar, klar, hab ich nicht dran gedacht. Mein Fehler, ganz klarer Fall. Rohes Hühnchen möchte ich essen, bekomme ich Salmonellenvergiftung. Wo sind denn meine Schnitzel? Ich hatte doch noch Schnitzel dabei, komm. So, na also. So, jetzt bist du auch mal dran, da oben, mein Schätzekind. Na also. na ja, die klettern natürlich hier rauf und dann ist, dann ist es natürlich großes Problem. Ja, ihr seid überhaupt ein paar. Jetzt kommen hier Kisten hin. Da passt eine Doppelkiste, noch eine Doppelkiste und eine Einfachkiste hin. Dann mache ich das so. Doppelkiste, Doppelkiste, in der Mitte Einfachkiste. Da kann ich sogar noch welche oben drüber hängen. Dann habe ich dann schon tausend Kisten da. Das ist super. Das bedeutet für mich, ich kann jetzt eigentlich auch umziehen. Der Boden ist ja auch fertig. Ich sehe jetzt gerade, realisiere gerade, dass ich auch meinen Fußboden fertiggestellt habe. Gut, und da werde ich noch ein paar schöne Beleuchtungselemente einbauen. Ja, ja, ja. Ach du meine Güte, ja, alles voll. Ja, gut, ich muss jetzt erstmal Kisten bauen, glaube ich. Ähm. Mache ich das auch direkt mal. Ganz einfach aus dem Grund, weil... Äh, das geht noch nicht. Moment. Mehr von dem Wut. Mehr von dem Wutti-Frutti. So läuft doch die Sache gleich. Jetzt bauen wir uns 32 Kisten. So. Was habe ich gesagt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann haben wir noch in einer Höhle welche. Die können wir ja auch noch verwenden. Dann haben wir zwei. Dann haben wir hier noch drei. Dann machen wir noch ein paar. So. Machen wir noch eine. So, komm, noch eine. So, eine machen wir noch. Ja, ja, hier noch hinstellen. So. Dann kann ich mich schon da sortieren anfangen. Und bevor ich dann die Sachen aus der Höhle hole... Guck mal, da läuft der immer auch so schön auf die Kisten zu. Hehe. Ne? Man kann hier gut anpeilen. Hier eine Wand kann man unten noch schön... Ja, hier kann man Öfen einbauen und Werkbänke. Das mache ich auch so. Das mache ich auch genau so. Da kommt die mich jetzt da. Zack. Mensch, verzieh dich. Verzieh dich. Wollte ich doch glatt hier die... Den Ofen nicht mitnehmen. So, pass auf. Wie ich das mir vorgestellt habe, war so. Und... So. Oder andersrum. Andersrum? Machen wir es auf der anderen Seite mal andersrum. Und dann entscheide ich mich, wie es besser aussieht. Achso, dafür brauche ich jetzt auch erstmal noch eine Werkbank, ne? Ja gut. Kann ich dann immer noch... Ah. Pull-up. Mal gucken. Na, wird schon schief gehen, ne? Zack. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sortierarbeiten kann ich jetzt machen. Und Zeug aus der Höhle holen. Und hier noch einbauen. Vielleicht mache ich auch eine Seite Werkbank, eine Seite, eine Öfenseite Dingens. Ja, das werde ich dann sehen. Ich sage mal, da Sortierarbeiten ist ja jetzt nicht so super spannend. Das kann ich euch, glaube ich, auch mal ersparen. Mache ich jetzt erstmal Schluss hier. Und mache das alleine weiter. Und trotzdem sehen wir uns lustigerweise dann beim nächsten Mal wieder. Das liegt so in der Natur der Sache. So, und dann macht euch noch eine schöne Zeit mit Minecraft. Oder auch ohne Minecraft. Das muss ja auch mal sein. Egal wie. Hab viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.